Die Waffenslots freizuschalten ist das große Thema im DMZ-Modus, dem Extraction-Loot-Judder-Modus von Call of Duty. Die erste Waffenstufe, also im versicherten Waffenslot, schaltet ihr frei, indem ihr eine Fraktionsstufe auf Stufe 1 abschließt. Die zweite Stufe bekommt ihr durch Abschluss von Blackmouse 1 und die dritte Stufe bekommt ihr durch Abschluss von Crown 3 oder durch Beenden einer beliebigen Fraktionsstufe auf Stufe 5. Dadurch, dass wir jetzt in Season 1 schon die ganzen Fraktionen kennengelernt haben und gespielt haben, haben wir natürlich Crown gemacht und versucht, Crown 3 als Solospieler abzuschließen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder und alle, die das Ganze hier unterstützen und supporten. Wir haben nämlich am Wochenende das Ganze versucht, zwei Tage lang sozusagen die Streams unten in der Beschreibung. Da seht ihr nämlich alle Fehlversuche, wie man es nicht macht. Wir haben es auf verschiedenste Art und Weise probiert. Am Ende des Tages ist es das Ziel gewesen, als Solospieler, ohne sich helfen zu lassen, das Ganze regulär zu schaffen. Es ist absolut für jeden machbar, aber es ist nicht so easy. Und vielleicht hilft euch dieses Video, diese Missionsstufe Crown 3 doch leichter abzuschließen, als ich vielleicht denkt. In dem Sinne, viel Spaß und viel Glück mit euren Waffenslots. Die Abschlussmission für Crown 3, um den dritten Waffenslot freizuschalten, beinhaltet das Abholen von vier Peilsendern, das Markieren eines feindlichen Exfiltrationshubschraubers. Das heißt, der Gegner muss einen Hubschrauber rufen und wir müssen an diesen Hubschrauber markieren und das Ganze dreimal. Und dann die Markierung des Overtime-Hubschraubers, also der vierte Exit. Und wir müssen raus und das Ganze in einer Runde. Dazu nehmen wir mit einmal die Rauchgranate. Die dient dazu, einen gegnerischen Hubschrauber zu markieren. Also entweder versuche ich zu verhandeln, mit den Leuten zu reden. Ey Leute, ich möchte gerne was markieren. Entweder ich schieße sie über einen Haufen oder ich lege eine Rauchgranate und mache das Ganze sneaky. Rauchgranate rein, markieren wieder raus. Ist, wie ich herauskunden habe, sogar der einfachste Weg, weil sehr, sehr viele Leute einfach nicht kommunizieren, da sie ihr Voice aushaben. Ansonsten wäre die Mission so viel einfacher. Dann als Standard die Samtex und eine Immunitionskiste. Ganz, ganz wichtig, um die Rauchgranaten eventuell wieder aufzufüllen. Als Waffe nehme ich gerne, gerne, gerne die Hemlockung momentan. Ich spiele die momentan sehr, sehr gerne mit einem Schalldämpfer, mit dem Habinger. Dann dem F-Deck Ripper 56. Die Blackout-Munition in Kombination mit dem Schalldämpfer macht die Waffe sehr leise und wir werden auch auf Karten nicht markiert. 45 Schussmagazin, es war lange Zeit verbuggt. Mittlerweile geht es wieder, zumindest in Kombination mit der Blackout-Munition. Und das Ziel 5V4. Ich spiele auch sehr gerne, wenn ich Gebäude 21 spiele, spiele ich gerne einen Thermalvisier. Aber das Ziel 5V4-Visier ist einfach nur geil und die Waffe ist so schön. Das Ganze kombinieren wir jetzt nochmal mit einem schönen Operator-Skin. Es geht darum, dass wir etwas getarnt sind. Dadurch, dass wir die Rauchgranaten einsetzen und sozusagen sneaky zum Hubschrauber schleichen müssen, ist so eine Tarnung nicht schlecht. Und ohne Witz, wir haben das in Livestreams ja auch oft probiert. Viele Versuche für diese Mission, die wirklich schwer ist. Und da habe ich teilweise den Rose-Skin benutzt. Ein psychologischer Trick, dachte ich so. Um mit dem einen oder anderen besser verhandeln zu können. Eine weibliche Skin. Ich sage euch, ist komplett nach hinten losgegangen. Bringt gar nichts. Also, ich empfehle definitiv irgendeinen Tarn-Skin. Und da ist dieser SA-Squash-Skin, dieser Jilly-Skin. Irgendein Jilly-Skin ist schon geil. Man sagt, das ist der beste Tarn-Skin, der beste Jilly-Skin, sagt man. Es gab zwei Jilly-Skins in Deutschland. Und der SA-Squash-Skin hier, den gab es nur in Amerika tatsächlich. Das war eine Aktion, eine Werbeaktion mit Jack-Links. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt rein. Und auf geht's, ab geht's. Wir gucken auf die Karte und sehen hier unten einen supergeilen Exit am Hafen. Das ist unser Exit. Das ist natürlich geil jetzt. Das ist richtig cool. Also, wir sind hier oben. Okay, wir werden uns die Peilsender holen. Hier vorne. Und dann rüber rasen zu diesem Exit. Ich kann diesen Exit wirklich empfehlen. Und ich zeige euch gleich, warum. Zuerst brauchen wir aber ein Fahrzeug. Und ich sehe kein Fahrzeug in der Nähe. Also, wir müssen tatsächlich bis zu dem Auto hier rennen. Und dann hoffen wir, dass wir nicht gedidost werden. Und dann zu den Peilsendern. Okay. Also, wenn wir jetzt normal regulär spielen würden, dann würde ich jetzt hier reingehen. Mich hier ausrüsten. Eine Weste holen, einen Rucksack holen. Nach dem Self-Revive gucken. Also, hier kriegt man einen richtig geilen Loot. Aber für uns ist es jetzt wichtig, so schnell wie möglich zu den Peilsendern zu kommen. Und dann wiederum so schnell wie möglich zu einem Exit zu kommen. Weil wir zuerst da sind möchten, bevor jemand anderes da ist. Wir wollen unentdeckt da in Position gehen, damit wir die Helikopter markieren können. Und nicht bereits in laufende Teams oder wartende Teams reinlaufen. Also, auf geht's. Fahrzeug sichern 120 Meter. Ja, wir kriegen schon die Meldung für den Waffenkoffer, für den Boss. Also, ich kann ihn auch nicht angreifen. Wir müssten ihm jetzt wirklich ausweichen. Wir gehen ihm so ein bisschen aus dem Weg. Also, let's go. Wir sind jetzt schon am Rande der Zone. Das Fahrzeug ist hier hinter dem Auto oder was? Wir gehen hier durch. Wir gehen hier durch. Dann können wir auch nochmal ganz kurz hier reingucken. Also, ich will hier wirklich so wenig Zeit wie möglich verbringen. Self-Revive hätte ich noch mitgenommen. Oh, wie er direkt schießt. Wie er direkt schießt einfach. Okay, Vollgas. Platz, 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 Platz. Platz, Platz, Platz. Hier rechts rum. Bitte Kandidos, bitte Kandidos, bitte Kandidos. Hier rum. So, ganz einfach zu finden. Der Dead Drop ist da hinten. Wer ist das denn? Das ist ein Raketenwerfer. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Oh mein Gott. Die Rakete hat er abgeschossen. Okay, wir haben die Peilsender. Wir gehen kurz hier rein. Und Self-Revive haben wir auch. Geil. Wir nehmen die beiden Spritzen mit. Wenn wir die drei Peilsender platziert haben, sind die Spritzen für uns Gold wert. Tank auch mitnehmen. Kurz in Deckung gehen. Und go, 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 go. Go, go, go. Und das war es. So viel zu dem Fahrzeug. Junge, Junge. Okay. Das ist alles Zeit. Das ist alles wertvolle Zeit. Okay, pass auf, pass auf. Wir gehen jetzt hier vorne rein. Platte rein, Platte rein. Und go. Go. Und go. Okay, bitte nicht treffen lassen. Ich fahre ihn kurz platt. Wenn der mich jetzt noch mal mit einer Rakete trifft, ist GG's. Aber die Zeit haben wir nicht. Die Platte, die Platte, die Platte, die Platte, die Platte. Okay, jetzt aber. Go. So viel Zeit muss sein. Platte immer aufheben. Okay, los geht's. Also auf zum Exit. Ich werde so fahren, dass wir hier hinten reinkommen und dann hier so um die Ecke gehen können. Dass wir nicht erwischt werden. Hier ein bisschen auf den Drohnenturm aufpassen, dass der nicht markiert ist. Reichweite 150 Meter. Also ein bisschen drauf achten. Ansonsten, ja, bald mal ein Zeil, sag ich mal. Auf zum Exit. So, wir sind da. Ich versuche jetzt ein bisschen Abstand zu halten. Also ein bisschen rechts rum fahren in den nördlichen Bereich hier. Besser von hier aus in den Hafen reinfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Fahrzeug ist auf der Karte rot markiert. Wir dürfen uns nicht zeigen. Wir müssen... Boah, das Auto leidet. Das Auto leidet. Wir brauchen halt noch ein Fluchtfahrzeug nachher. Wir müssen uns also oben das LTV merken. Hier oben die Position. Das nehmen wir nachher, das LTV. Wir brauchen aber unser Fahrzeug, um zum LTV zu kommen. Also wir fahren jetzt ein bisschen hier runter. Uh. Versuchen jetzt ganz sneaky, da hinten hinzukommen. Puh, das könnte geklappt haben. Boah, das war knapp. Ich darf den Kampf halt nicht eingehen. Zum einen fehlt mir dann ein Team, was möglicherweise rausgeht. Zum anderen war ich da in dem Moment sowieso im Nachteil. Und zum dritten verliere ich da unglaublich viel Zeit. Genau. Hier können wir in Deckung gehen. Das gegnerische Team hat jetzt hier den Sender markiert. Der ist super weit weg. 400 Meter. Reichweite vor dem Rundenturm ist 150 Meter. Also auch da sind wir eigentlich komplett safe. Der Dronenturm kann auch hier platziert sein. Also selbst dann sind es 200 Meter zu uns hier unten. Also auch das ist safe. Also Dronentürme, eigentlich kein Problem. Hier oben ist ein Dronenturm. Und der ist 300 Meter entfernt. Also alles easy peasy hier, was Dronentürme angeht. Außer sie rufen einen mobilen natürlich. So und es geht los. Exit wurde gerufen. Wir markieren jetzt einmal den Exit, dass wir den so ein bisschen markiert haben hier. Und kriechen jetzt hier nach vorne. Wir gucken. Also normalerweise ist es so, ich als Spieler würde mich dann hier immer im Gebäude verstecken. Hier aufs Dach gehen oder drin warten. Entsprechend sind wir eigentlich immer auf der sicheren Seite, wenn wir hier vorgehen. Wir warten jetzt bis der Hubschrauber kommt. Und dann schwimmen wir rüber und werfen die Rauchgranate. Let's go. Toi, 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 toi. Da kommt der Hubschrauber schon. Oh Mann, geht das schon wieder schnell. Wir warten, warten, warten. Und ins Wasser, und ins Wasser, und ins Wasser. Let's go. Vorne schwimmen. Go, 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 go. Hubschrauber landet. Wir warten, wir warten, wir warten. Warten, warten, warten. Warte, 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 warte. Okay, Luft holen. Luft holen. Warte, 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 warte. Und los. Rauchgranate liegt. Und go. Halsänder ist platziert. Und ab ins Wasser. Puh. Wir haben nicht gesehen. Warzeug, kommt's in das Bot? Was ist denn noch da? Wir müssen unsere Kiste werfen. Okay, wir haben zwei nur Rauchgranaten. Also ein Palsender, ein Palsender ist platziert. Können jetzt auch nur noch den Dialog versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das heute sind, die mit sich reden lassen. So, Exit wurde wiedergerufen. Runde Nummer zwei. Zweiter Heli. Also, let's go. Toi, toi, toi. Zwei Minuten vor Schluss. Das wird jetzt gefährlich. Sie wissen jetzt, dass ich eventuell da bin. Und sie werden eventuell die Wasserseite abchecken. Ja, kommt der Hubschrauber schon. Leg ihn vor. Diesmal ein bisschen später rein. Und go. Und beim Wegtauchen können wir diesmal links raus. Wir lassen uns auch ein bisschen mehr Zeit diesmal. So, ein Mist, Leute. Wir haben jetzt eine Rauchgranate verschwendet. Wir haben die erste Rauchgranate falsch geworfen. Sie sind drin. Sie sind im Hubschrauber. Und wir haben die Rauchgranate verloren. Shit. Oh, Mann, Leute. Also, ab zurück zur Pussy. Oh, Mann, Leute. Wir haben zwei von drei und wir haben keine Rauchgranate mehr. Meine nerven schon wieder. So, Overtime wird eingeleitet. Wir haben keine Rauchgranate mehr. Wir können schon mal gucken, wo der vierte Exit ist, falls wir jetzt den dritten Hubschrauber markieren können. Also, hier unten ist die radioaktive Zone. Wir gucken uns an, wo der weiteste Exit ist. Der ist da hinten. Ja, wir haben wirklich Pech. Das heißt, wenn wir hier eine gerade Linie ziehen von dieser radioaktiven Zone zu diesem Exit, dann ergibt sich, dass hier oben der vierte Exit ist. Also genau am anderen Ende der Karte. Wir sind jetzt schon in Overtime. Das heißt, jetzt kommt schon die Strahlung. Wir haben jetzt vielleicht noch eine Minute. Da kommt ein Fahrzeug. Es kommt ein Fahrzeug. Es kommt ein Fahrzeug. Der Exit wird gleich nochmal gerufen. Wir haben die Möglichkeit, hier über das LTV nochmal nach oben zu fahren. Es ist sehr, 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 sehr knapp. Es ist sehr knapp. Sie schießen, sie schießen, sie schießen. Sie haben noch ein paar Bots da oben. Alles gut. Exit ist gerufen. Okay, Leute. Jetzt Daumen drücken. Jetzt Daumen drücken, dass wir den dritten Hubschrauber markiert kriegen. Okay, da kriegst du schon ein bisschen Flattern. Das Problem ist, weil man so ein bisschen nervöser ist, so kurzer Vortrag, das zu schaffen hier, weil die Mission wirklich nicht so ohne ist. Da macht man einen Fehler. Da so jetzt, jetzt machen wir. Ich habe ja auch schon einen Fehler gemacht. Ich habe schon meinen Rauchgenatter gemacht. Okay, halte dich klar. Berät nicht zu viel. Konzentrier dich, Felix. Da kommt der Hubschrauber. Da kommt der Hubschrauber. Nerven bewahren. Nerven bewahren. Okay, so spät wie möglich diesmal. So spät wie möglich. Und go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh. Ach, scheiß drauf. Let's go. All in. All in. Bitte, 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 bitte. Lass es funktionieren, lass es funktionieren, lass es funktionieren. Er hat mich nicht gesehen. Oh, geh doch ins Wasser. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, das hat geklappt. Er hat mich nicht gesehen anscheinend. Ja, ja, er hat sich auf die Landseite konzentriert. Er hat nach rechts geschaut. Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zone ist schon fast bei uns. Wir müssen jetzt warten, bis er abhebt und dann schnell das Fahrzeug hebt ab. Und go, 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 go. Jetzt go, go, go. Oh mein Gott, das wird jetzt richtig knapp. Wir haben einen Kanister bei uns, die die Spritzen ausrüsten. Und go. Gas, 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 gas. Fahrzeug ist heile. Oh, yay. So, jetzt den vierten Exit markieren. Los geht's. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Wir dürfen nicht hier zu einer Rand fahren. Kein DDoS, bitte. Und dann fahren wir am besten. Ah, don't map and drive. Und dann fahren wir hier die Hauptstraße rüber. Hier diese Hauptstraße, die nehmen wir. Das heißt, wir müssen praktisch da hochfahren, da hochfahren. Zu dem Auftrag. Links die Straße. Wir nehmen links die Straße, hier diese. So, DDoS. Wir sind am Rand, kann nichts passieren. Wir sind schon wieder raus. Sprit wird wahrscheinlich nicht reichen, aber wir haben Kanister dabei. Können wir unterwegs tanken. Fuel to go. So, das ist die Hauptstraße. Beziehungsweise die Gleise, die Gleise. Wir fahren die Gleise. So, Gleise, Gleise. Feind ist alarmiert. Also hier ist ein Spieler, hier ist ein Team. Vielleicht noch ein bisschen zu früh losgefahren. Okay, Sprit wird knapp. Wir bereiten schon mal das Tanken vor. Und jetzt tanken, bitte. Okay, wir können hier schon aussteigen. Ich höre hinten Schüsse, ich höre hinten Schüsse. Möglicherweise ein Team, wir gehen hinten rein. Oh, ich bin ein zu früh reingegangen. Scheiße. Wir nehmen ein Teams, kann mich jetzt sehen. Ich wollte eigentlich hinter dem Serverraum hier hinten reingehen. Wir gehen hier rum. Okay, dann gehen hier in Schleichposition. Tür ist offen. Also jemand war hier im Serverraum. Okay. Wir haben die 100% gewiss, erst wenn die Zone hier ankommt. Also bei der Exfiltration ist, dann sehen wir erst den letzten Exit. Also noch 30 Sekunden oder so. So, was wir jetzt sehen, ist auf jeden Fall eine feindliche Killstreak, die hier oben entlangläuft. Also hier sind Spieler, hier ist ein Team. Und sie sind bei uns. Also sie sind hier oben. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht den dritten Exit nehmen. Sie sind wahrscheinlich auch drauf aus, den vierten Exit zu nehmen, Leute. Wir werden auf jeden Fall ein Feindteam haben. Also es ist richtig knapp jetzt. Es ist richtig knapp. Und dadurch, dass sie eine Killstreak rauskamen, da haben wir uns wahrscheinlich auch zwei Teams sein, die da oben sind. Oh, Leute. Meine Nerven. Meine Nerven. So, die Zone ist jetzt angekommen. Wir werden nur gucken. Also hier ist der Startpunkt der Zone. Und hier der letzte Exit. Und jetzt ziehen wir die Linie hier hoch und mal gucken, wo der Exit jetzt gerne landet. Ob der hier ist oder hier oben auf dem Parkplatz. Und er ist direkt bei uns. Er ist direkt bei uns. Wir stehen praktisch direkt daneben. Also, ja, ja, ja. Ich gebe dir gleich die letzte Chance. So, wir warten jetzt auf den Hubschrauber. Und wir möchten vor Ort sein, bevor der Hubschrauber landet. Er ist halt hier hinten. Er ist halt hier hinten der Landeplatz. Wir gehen noch ein bisschen vor. Ein bisschen vor 50 Meter. Ich überlege, ob wir in den Serverraum reingehen. Wir warten hier, wir warten hier, wir warten. Leck dich hin, leck dich hin, leck dich hin. Okay, der Hubschrauber muss kommen. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Okay, jetzt Daumen drücken noch einmal. Den letzten Peilsender platzieren. Linker Flügel. Platzierung immer am linken Flügel. Also von uns aus gesehen jetzt die rechte Seite. Und wir rennen sofort los. Wir möchten die Ersten sein. Wir möchten die Ersten sein. Es werden Feinde hier sein. Also in die Hocke. Und drei. Zwei. Eins. Und go. Und go. Und go. Und go. Und go. Ich sehe keinen. Ich sehe noch keinen. Ich sehe noch keinen. Und. Und. Und ich vermassel den Klick. Aber wir haben den Peilsender passiert. Und es ist, es ist gemacht. Es ist gemacht. Es ist gemacht. Yes, es ist gemacht. Wir haben die Mission durch. Und wir haben Zugang zu Crown 4. Wer es nicht weiß. Crown 4 gibt eine Blueprint. Und zwar die M13 Blueprint. Also den Chemiker Blueprint. Das ist die gelbe M13B. Also eine richtig schöne Blueprint. Das heißt, das wäre unser nächstes Ziel. Die Crown 4 Mission abzuschließen. Aber ja. Step by Step. Ich bin erstmal sehr, sehr glücklich mit dem Waffenslot. Ich wundere mich so langsam. 30 Sekunden. Keiner kommt. Wir haben auch keine Scharfschützen, die das Ganze abcampen. Ich sehe hier gar nichts gerade. Hello, hello. Someone here. Someone here. Hello, hello. Someone for the exit. Okay. Eine Sekunde. Darf ich rein? Darf ich rein? Hier ist keiner. Okay. Wer auch immer da hinten die Killstreet geworfen hat. Ist nicht hier. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hoffe, den Jungs und Mädels geht es gut. Ciao, ciao, ciao. Ladies and Gentlemen. Ciao, 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 ciao. See you later, alligator. Hasta luego. Hasta la vista. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Leute, ich bin hier. Raus sind wir hier. Raus sind wir hier. Und jetzt holen wir unsere Belohnung ab. Und ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir haben es geschafft. Tschüss. Mission abgeschlossen. Jetzt zeigt mir bitte den dritten Waffenslot. So, hier sind wir noch mal die abgeschlossene Mission. Jetzt gehen wir mal auf Waffen. Und der dritte Waffenslot ist da. Leute, Ehrentrötchen gehen raus. Super, 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 geil. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Wir sind jeden Freitag, Samstag, Sonntag live ab 11 Uhr. Ansonsten gerne auch bei den nächsten Videos schreibt in die Kommentare rein. Ich lese mir eigentlich fast immer alles durch. Auch wenn ich nicht immer alles beantworten kann. Leute, bis zum nächsten Mal. Und ich sage an dieser Stelle, erschöpft, aber glücklich. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.